Musik Musik Ah, komm schon, Stein. Wir brauchen neuen Content. Immerhin bin ich most trending auf unserer Plattform. Ja, weil ich dich bei jedem User in die Empfehlung packe. Powervollster Wingman ever! Aber wann drehen wir mal wieder was richtig Cooles? Sorry, aber ich hänge hier die ganze Zeit an den Fixarbeiten. Fix? Aber nicht, dass das nachher zu Pornhub mutiert. Wobei? Nein, wir haben einige Probleme auf der Plattform. Aber, aber das geht nicht. Wir wollen doch ein besseres YouTube sein. Ja, ich sitze ja schon dran. Dann lade ich erstmal noch ein Reaction-Video hoch. Denn anders als bei YouTube wird bei uns wenigstens nichts geclaimed. Ähm, Stein? Der sagt, servervoll. Das habe ich befürchtet nach Leggis letztem Video. Die Server sind langsam und überlastet. Die Einnahmen sind gleich null. Und man wird dauernd mit Werbung für diesen Broadcast-My-Ass-Typen voll geballert. Ach, ich bin nicht sauer, sondern enttäuscht. Ey, Witty-Team, kriegt mal euren Shit geregelt. Das, ähm, und wenn wir doch Pornhub werden? Dann hätten wir doch noch mehr Traffic. Nein, ich hoffe, das versaut uns nicht die Note, aber ich befürchte, wir müssen Herr Augeera um Hilfe bitten. Leggy pleite? Witty treibt Künstler in Ruin? Hey, das sabotiert Stein und Timmys Projekt. Dann denkt ihr halt was Besseres aus. Hm, wie wär's denn mit, ähm, Geständnis? Ariana Grande verrät, wen sie wirklich liebt. Schock? Es ist kein Mann. Uh, well played. Auch wenn das Old News sind, aber du wirst immer besser. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kompliment ist. Was redest du da? Wir sind das aufstrebende Gossip-Online-Magazin. Ein richtiger Insider-Tipp. Dann bleibe ich doch lieber ein Outsider. Hm, wenn ich das richtig sehe, wollen seriöse Kunden keine Werbung schalten, weil wir keine Upload-Filter benutzen. Upload-Filter? Filter, die hochgeladenen Content scannen und sperren, wenn er gegen Copyright verstößt. Die sind doch böse, oder? Naja, kommt immer auf den Einsatz an. Ja, aber leider sind solche Filter unglaublich teuer. Oh. Wie wäre es also, wenn wir ein Paid-Subscription-Modell einführen? Wie bei Twitch, wo man Geld für ein Abo zahlt? Gute Idee. Dann kann jeder Zuschauer selbst bestimmen, wie viel er dem Creator gibt. Da bleibt sicher eh mehr hängen als bei den popligen Werbeeinnahmen. Und wir behalten einen Teil ein. Für die teure Content-Filter-Software? Ja, genau. Und was ist mit dem Server-Problem? Darum kümmere ich mich. Ich habe noch einige in Kanada stehen von meiner alten Firma. Sie sind aus Kanada? Ja, darum sind sie also so nett. Mit mehr Servern ist mehr Platz für Content. Und mehr Content heißt mehr Creator und mehr bezahlte Abos und mehr Geld. Das ist mein Mann. Als würde ich mein Junge selbst in dir sehen. Timmy, Fetty kann richtig groß werden. Wir können richtig groß werden. Ist, ähm, ist alles okay? Ich bin mir dann nicht mehr so sicher. Ha, 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 ha! Kommt schon. Aber leise. Ach was? Gerade wollte ich random anfangen zu schreien. Äh, warum hast du sie nochmal mitgenommen? Sie ließ sich nicht abschütteln. Hey, es geht doch um Herr Orgera. Und ich wusste sofort, dass mit dem etwas nicht stimmt. Mhm, so wie er uns ignoriert hat. Und Timmy anlächelte und, äh... Ihr zwei seid einfach nur lächerlich eifersüchtig. Was? Oh no, wir freuen uns beide für Timmy. Aber irgendwas ist hier im Busch. Eben, aber nicht in deinem. Und deshalb... Psch, da ist wer. Ja, keine Sorge. Häng die Server einfach wieder ans Netz. Nein, lass alles drauf. Das ist perfekt. Und wegen der Werbung... Ja, wir schalten ab morgen alles. Genau wie früher. Ja, ja, ja. Ich muss los. Mach's gut. Er kommt. Hm. Hm. Ah. Puh, die Luft ist rein. Äh. Na, dann wollen wir mal sehen, was unser sauberer Herr Lehrer zu verbergen hat. Ja. Oh. Ah. Hast du mit jemandem darüber gesprochen? Nein, natürlich nicht. Gut. Wir müssen es ihm sofort sagen. Was müsst ihr wem sagen? Oh, äh, Timmy. Habt ihr gesehen? Herr O'gera hat das mit der Werbung hinbekommen. Äh. Jetzt ist alles voll damit und das heißt Zaster. Kachink. Ha. Candy wohnt auch in Anonymous Proxy. Singles in deiner Nähe. Werde Medikamenten-Tester. Werde Medikamenten-Tester? Spiele dieses Game fünf Minuten ohne zu kommen. Hä? Äh, wohin? PENIS VERLÄNGERUNG! Ha, das ist was für Stein, weil er Asiat ist. Oh, ho, 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 ho. Mit seiner Winznudel kann ich fünfmal mithalten. Was? Ihr überseht die wichtigste. Da! Werbung für meinen Witty-Kanal. Dadurch gehen meine Videos ab wie nicht. Und vielleicht auch dadurch, dass ich dich in die Trends gepackt habe. Ja, klar, das auch. Die Werbung, Timmy. Erinnert die dich nicht irgendwie an etwas? Wie jetzt? Naja, das ist nicht unbedingt die typische YouTube-Werbung. Nein, das ist die typische Witti-Werbung. Denn wir sind besser als YouTube, schon vergessen? Aber seit Tagen hat kein großer YouTuber mehr was bei uns hochgeladen. Na und? Mehr Views für mich? Und die Besucherzahlen sind im Millionenbereich. Hey Timmy, ich kann dein letztes Witti-Video nicht sehen. Es lädt nicht. Hm, vielleicht ist der Haupt-Server abgeschmiert. Ein Moment, wir kriegen das wieder hin. Warte! Was? Was ist das? Die Server wurden knapp, also musste ich improvisieren. Kevin hatte Probleme, mein Video zu sehen und deshalb... Was ist das? Herr Professor, Sie sind schwul. Ja, genau wie mein Phönix. Und Doppi auch. Komm her, Professor. Das ist die antreibende Kraft hinter unserem kleinen Projekt, Timmy. Das sind illegale Kino-Mitschnitte. Die Server sind voll damit. Was? Darum kommen alle Leute auf Widdi, weil es keine Copyright-Filter gibt. Und weil uns hier niemand findet. Ich habe das gesamte System so eingerichtet, dass wir mit verschiedensten Servern weltweit vernetzt sind. Und durch diese kleine Box dort kann unsere Stream-Seite niemand hierher zurücktracken. Das heißt, Sie sind ein Pirat. Ein Raubkopierer. Ach, bitte. Das würde ja bedeuten, ich raube jemanden was. Und das ist per Definition nicht richtig. Das Wegnehmen unter Androhung oder Anwendung von Gewalt. Weder nehme ich jemanden im Film weg, noch bin ich gewalttätig. Und außerdem profitierst du doch auch davon, Timmy. Wir beide. Aber nehmen wir nicht von den Filmemachern? Und dafür holen sie sich ja auch genug Geld wieder rein. Durch überteuerte Lizenzen und hohe Kino-Tickets, Klagen und Abmahnungen. Und selbst auf YouTube nehmen sie manchen die gesamten Werbe-Einnahmen, nur weil sie ein paar Sekunden Film-Material benutzen. Die Filmemafia, das sind die wahren Übeltäter. Aber, aber ich... Timmy, hör nicht auf ihn. Er brüllt rum und ist obviously der Böse. Timmy, deine Videos darf jeder gucken. Du machst keinen Unterschied, ob jemand reich ist oder arm. Ein bisschen Werbung und das war's. Aber die Filmgiganten, die wollen, dass nur reiche Leute Kunst erleben dürfen. Ist das fair? Timmy, nein! Fair ist das wirklich nicht. Aber haben sie schon mal selbst Kunst erschaffen, Herr Augera? Äh... Hä? Anscheinend nicht. Sonst wüssten sie, dass man dafür Leidenschaft und Zeit braucht und Materialien und Technik und ein Team. Allein für ein YouTube-Video. Jeder erwartet heute, dass alles umsonst sein soll, aber verlernt dabei Dinge wertzuschätzen. Vor allem den Künstler und sein Team. Und ohne Einnahmen könnte ich meiner Mom ja auch nicht helfen. Wo ist also die Grenze? Oh nein! Würde ich jetzt sagen, wenn ich nicht eine weitere VPN-Box dazwischen geschaltet hätte. Sprich, immer noch unaufindbar. Ah, verdammt! Oh, Timmy, ich hab das für uns beide getan. Ich dachte, du wärst wie ich. Du hättest alles haben können. Aber nun sehe ich mich leider gezwungen zu... Ah, nein! Wollte der dich gerade echt umbringen? Tja, das eskalierte schnellig. Da kamen wir ja gerade nochmal rechtzeitig. Herr Gold? Angel's dead? Ich kontrolliere die Hausaufgaben meiner Tochter penibel. Und als ich heute ihren neuen Promi-Trash-Artikel gegengelesen habe, läuteten bei mir alle Alarmglocken. Du hast einen Artikel über unsere Entdeckung gestern Nacht geschrieben? Hä? Creepy Lehrer mit Raubkopien im Inforaum. Das wäre sowas von durch die Decke gegangen. Außerdem hat der Typ mich vorgeführt. Rache ist kein akzeptables Motiv, Angel. Sorry, Dad. Das war keine Rache. Sie ist ein Avenger. Das Individuum dort ist Timotea Orgera, auch bekannt als Tim.org. Der Drahtzieher hinter Bitstream-Börse. Der größten File-Sharing-Plattform aller Zeiten. Er ist seit Jahren auf der Flucht. Und wer hätte schon vermutet, ihn und sein neues Headquarter hier in der Grundschule irgendwo in Kuthof zu finden? True. Bis auf Herr Schumacher haben selbst die Lehrer den Raum nie betreten. Wo ist er eigentlich abgeblieben? Hallo? Mein Gehstock. Bitte. Und gewonnen hat... Ähm... Lana! Mit ihrem Beitrag Kunst ist für alle da. Eine spannende Abhandlung über die Wichtigkeit von Kunst auch für sozioökonomisch benachteiligte Familien. Wo hast du dich da nur wieder inspirieren lassen? Das ist nicht fair! Tja, hätte Lana nicht auf Promi-Trash mit ihrer Abhandlung das Publikum vergrault, wärst du jetzt sicher da oben. Danke für die Zusammenfassung, Charlotte. Das war's wohl mit XOXO. Kudorfs Gossip Girl. Tja, da zeigt sich halt, dass Qualitätssicht durchsetzt. Danke. Ähm, ich hab mir viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, ich möchte mein Preisgeld nutzen, um armen Familien den Eintritt in Kultureinrichtungen zu erstatten. Was? Ähm, es gibt kein Preisgeld. Hä? Es gibt kein Preisgeld. Hier ist ein Gewinn für den Autorenwettbewerb, gesponsert von Ullis Sonnenstudio, Vittys Vier Haareszeiten und Gabis Presseshop. Ich bin ihre Herausgeberin. Vielen Dank, danke, Dankeschön. You've got to be kidding me. Was machen wir jetzt mit Vidi? Hm, äh... Ich würde sie euch abkaufen für zwei Euro. Ist verkauft. Aber Timmy... Was? Wir konzentrieren uns doch ab nächster Woche eh wieder auf YouTube. Hm, stimmt. Ah. Hahaha, ihr dummen kleinen Kinder. Ich hab schon Tim.org übers Ohr gehauen. Ich bin Klippfisch. Und mit dieser Seite halte ich die Chance auf mein großes Comeback in den Händen. Ja, klar. Träum weiter. Oh.